das sagt noch nicht freigeschaltet 16 haben wir aber bald so dann da hin zwar da so so ja dann müssen wir erstmal ein bisschen aufpippen hier was nehmen wir denn oder was nehmen wir denn ok ah hm 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 recht nicht im weg stehen los 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 bevor er Schutzschild wieder herstellt geil geschafft so weiß kohl weiß kohl was liegt da noch zerbrochene maske gut so gehen wir die jetzt ab in monstadt ok gut da gibt es den tempel und eine blume für den weg so stimmt der dahinter ok ja da dürfen wir noch nicht hin nicht weiter schlimm dann gehen wir jetzt erstmal da hin die aufgaben abgeben dann können wir auch ein bisschen abenteuerstufe glaube ich aufgestiegen mal gucken so Oh. Oh, der ist ja cool. Also wenn man die zusammen macht, kriegt man eine bessere Mission. Ja, der ist. Ja, der Splitter. Ja, der ist. Ich kann ja lesen. Genau. Lohnung. Ah, eine. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Am besten hiervon noch was machen. Ein Artefakt auf Stufe 4. Ah. Die haben wir gemacht. Und da, ja, da sind wir ja gerade. Uh. Oh, ein bisschen schwer. So. Artefakt auf Stufe 4. So. So. Aber weißt du es? Hm. Wir gehen es neben mir. Come on. so hier gibt es auch noch eine errungenschaft u3 so plus 1 müssen auf 4 trotzdem nur plus 1 naja haben wir noch mehr schrott das reicht nicht welcher ist nicht in benutzung jetzt gucken wir mal ob wir alle ein bisschen besser ausrüsten können so jemand in hier dairio ok hier haben wir ap oh so da an Angriff. Ah, alles dieselben, oder was? So. Bei ihr. Und da anfangen. Angriff, 3,1. Hm, 4,2. So. Das war. Animo-Bonus. So, Hydro-Schaden-Bonus. Angriff. Angriff. Ah. Elementarkunde. Animo. So. Animo. 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 Ja, ich weiß nicht. so dann den hier ausstatten wir haben nur denn davon gab 1 8 28 so sein angriff 3,1 2,2 so ah okay dann z die 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 d so verteidigung war das und sie bekommen dann auf jeder jeder ein bisschen aufgewertet ah ja genau jetzt haben wir das hier fertig drittel vier ein elektro war schon gesiegt blüten des reichstums stufe 6 eine erkundung abschließen cool brauche sie macht Oh, echt jetzt? Rest assured, that the guilt now, without further ado. Rest. Munch. Neu. Gleich. Munch. 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 teleportieren so nein shh 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 keep it down i'm hunting i've always heard about the wide range of ingredients you can find in monstat and it looks like it's true no i'm a chef a chef on a mission to find rare and exotic ingredients from all corners of the world shangling 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 Oder die Pfanne. Das hat mich aufgepasst. Eine leckere Verabredung. Quellingen. Oh Gott, wo war das denn wieder? Ist aber gar nicht so weit. Direkt hier ums Eck. Ah, guck mal, da sitzt auch schon wer. Sitzen. Alter, ich hab Sitzen. Oh, nachher krieg ich noch eine Quest. Wäre ja gar nicht gut. Oh, hier ein Geliebten. Oh. Indra, Wildschweinprinzessin. Wildschweinprinzessin. Ah. Cool. Da ist schon wieder so ein Wassergeist. Keine Fresse. Jetzt geh doch mal hier raus. Mit dem Wassergeist. No, wir sehen. Und mit dem komme ich bestimmt. Ah, da oben ist einer. So. Wie soll ich da denn hinkommen? Das ist ja da eben eine Untersuchung. So. Ach, da kann er nicht hochklettern oder was? Springen wir halt von da drüben rüber. Ich hab nix. Oh, super. Nicht geklappt. So, dann gehen wir halt von dem Baum aus. Ja. Ah, guck mal. Genau, von dem Baum. Geht der jetzt da auch hin? Geht der nicht? Was soll denn das jetzt hier? Geht der wohl da hin? Der will mich ärgern. Ganz eindeutig. Ja, jetzt auf einmal. So. Jetzt möchte ich den anderen wieder suchen. Ach. Ach, das geht mit dem auch. Also sie. Ah, den da. So. So. Aha. Fehlerquäle, aber schönes Reisen, was gibt's? Äh, die Fehlerquäle. Äh, äh. Viel Spruch. Fisch und werben durften, die erstreit hat er. Schönen Steine mitgegeben. Welpes Leben her, dass ich hier in der. Hier, das hat's mir jetzt gar gar nicht. Also da glitzert's noch. Ah, das geht natürlich nicht. Okay, in dem Dorf kann man nicht alles kaputt machen. Die mit hier im Rettich. So. Wo ist der zweite Blauer? Wo mal auf dem Dach kannst du mal sehen. Da war ich doch eben schon. Ja, mein Gott. Ja. Nein. Natürlich kann er den Glitching-Bomb. Ah, kann er doch. Dacht schon. So, klein Stück höher. Okay. Das wäre schon wieder. Super. So. Den haben wir. Welches Haus müssen wir jetzt rein? Bestimmt das hier. Da kriegt's doch auch was. Ah, genau hier. Herz der Quelle. Ach, he. So. Neu. Bitte Draf und Verzeihung. Ja, okay. Draf. Du musst du sein, Xiangling. Sorry, Mr. Traf. Das war alles meine Schuld. Ich habe gehört, die ganze Geschichte. Und jetzt, dass du hier in person bist. Oh, er wird es lassen. Ich habe es. Bitte, hilf mir zu ermöglichen, meine Fleisch. Huh? Was? Sorry, wenn ich ein bisschen brach war. Let me explain. Springvale hat seine Reputation auf top-quality-Meat-Produkten gebaut, aber diese Reputation ist so weit zu Mondstadt. Als ich hörte, dass der große Maestro Xiangling herself in Mondstadt war, habe ich gefragt, Alan, dass Sie zurückgebracht werden. Maestro? 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 Kommst du sowieso nicht, dass Sie irgendwo bevorzugehen? Maestro? Ja, ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin ja auch klar. Aber ich bin ganz klar. Ich bin super ora-polizei- hause. Ja, ich habe gar nicht so geholfen lassen, aber ich bin das gleich geholfen. Und auch so. Von der Kocht? Ja, da kocht, riecht es halt gut. Zubereiten, oh ja, ist ja ein Wiener. So. Oh, that tasted good. Is no use to me. If I wanted feedback, I would ask a professional chef. Hang on. Are you? That's me. It's really you. As it happens, I have one of today's prime cuts remakes. That depends on the ratio of fat to meat. With this cut, I would probably roast a... Ginson flour? But the melted fat would make the flavor of the flour's ten... I know. That's why it's a garnish. I would... I tried it before. If you then throw in some joeyun chili... The petals absorb the saltiness from the sea salt, the chili spice, and... That's pure overkill. You're going... Who wants to eat a ro... Whoa, whoa, whoa. Stop arguing. Huh. While there's no... Suits me. If you can't be... All right. But if I win... And if you lose, you have to add my winning dish to the Wanmin menu. With a caption saying... It's a deal. Well, I'm off to get ingredients. I will see you all... Wait. Wait. Let's try and catch up. Zutaten sonnen. Ja, ist... Ist klar. Ja, 700 Meter. Was ist denn... Ja, ist klar. Wie soll ich denn... Oh, die hole ich aber im Leben nicht ein? Oh, die hole ich aber im Leben nicht ein. Ah, da oben auf dem Haus ist schon wieder so ein Ding. Okay, okay, okay. Mal sehen. Schau mal da hin. Dann mach ich hoch. Da hoch. Da hoch. Ah, bis jetzt. Nee, echt jetzt. So, Häuser hochklettern ist auch eine Kunst. Ja, dann machen wir das halt hier. So, back on. Ich schreibe im Buch. Hm, die doch mal. So. Ja, noch rüben. So. Ha. Woher? Wo muss ich jetzt hin? Nach Süden also. Da lang. Sie scheint auf der anderen Seite vom Ufer zu sein. Ach, da ist schon wieder einer. Auf dem Wasser. Sehr weit über dem Wasser. So. Sind hier wieder Windgeister? Nee, aber vielleicht können wir den Baum benutzen. Das ist nicht hoch genug. Ach so, jetzt ist er runter. Ich falle nicht gleich kaputt. Sag mal. Ich muss die jetzt mal da hochklettern. So. Hm. Irgendwie bis hier in den Baum runter. Gefallen. Nein. Boah, was ist das für Riesenfische? Ernsthaft bin ich jetzt ertrunken. Was zum... Alter, wieso bin ich denn hier ertrunken? Fischi, fischi. Hm, jetzt sind sie weg. Oh, da drüben gibt es wieder so ein Rätsel mit den Windgeistern. Also. Oh, ist klar. Ah, kann ich nicht so ein... Ja, komm, folg mir. Ah, warte, vereisen bringt auch nichts, ne? Warte, wenn ich vereise... Krass. Krass. Nicht mal funktioniert. Ja. Super, im Wasser kann ich die nicht benutzen. Hm. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Hier ist es. Fraglich, wie er es gefahren bleibt. Oh, geil. Ah, funktioniert. Ja, dann schwimmen wir jetzt runde rüber. Aber sie will gerade die Stadt verlassen nach Liu. Und steht da drüben. Ohne sich zu bewegen. Ach, ne, gleich ist er auch wie schon wieder. Echt? Alter, da hätte er auch stehen können. Das ist auch... 102 Meter kann er nicht schwimmen. Geht er kaputt. Hm, wir sollen das mal so probieren. Ich glaube, das wäre... Sonst müssen wir irgendwie höheren Ort und dann... Ringen und schweben. Oder gleiten. Wir gleiten, ja. Was ist jetzt Wasser gefallen. Was ist jetzt Wasser gefallen? So. Ja, guck mal, halt drüben. So, muss das. Brücke bauen auf. Magisch. Oh. Oh, ob wir den Frosch tieffrieren können. Mal sehen. Weißer, ja, klar. Jetzt züpft er weg. Okay. 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 einen Zutat am Weg nach oben. Jetzt haben wir können immer aufhören, immer zu springen. Wo sind jetzt die ganzen Viecher hin? Was hältst du? Was war das hier? Nicht mehr verfolgen. Jetzt laufe ich dann nachher nochmal hin. Oh, da ist wieder so ein Buffet, Wasser, keine Ahnung. Ha, erwischt. Also keine Zutaten, die sich für Essen eignen. Oh, was war das? Hm, müssen wir mal die Büsche durchsuchen. Nein, noch ein bisschen Holz. Oh, da ist ein was war das? Was war das? Oh, ha, ha, ha. So. Jetzt auf einmal darf ich da hin? Oh, da sind noch ein paar Wildschweine. Das heißt nicht, ja. Oh. Warum? naja so geeignete Zutaten ja, aber was für geeignete Zutaten ist das hier? was zum Henker ist das? was zum Henker ist das? 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 also Vanille hätte es auch direkt sagen können zum Henker ist das? so 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 dann ist das ein die kann sich nicht selber einsammeln da sind da noch welche so und hier und da reicht das? ach so ach so super cool cool dass wir diesen Blick soll ich da mal einsetzen da oben ist auch eine Kiste so 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 hier 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 ist das da hier hier die hier die Das war's für heute. 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 Ich glaube, es war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020